Biologische Schädlingsregulierung ermöglicht nachhaltige, chemiefreie Landwirtschaft. Allerdings ist diese Art Ökosystemdienstleistung noch nicht sehr zuverlässig. Was dazu führen kann, dass ein Gleichgewicht zwischen Schädlingen und Nützlingen kippt, wollen Zoologen und Zoologinnen der Uni Innsbruck am Beispiel Gerstenfeld besser verstehen. Sie untersuchen das Verhalten der Insekten im Laufe der landwirtschaftlichen Saison. Es gibt Generalisten, die sozusagen die Basisbiokontrolle übernehmen. Das heißt, sie bekämpfen Schädlinge, wenn eine einzige Schädlingsart auf das Feld kommt, also quasi den ersten Befall. Später kommen dann spezialisierte Räuber hinzu, die eher die Hauptmasse des Befalls in Schach halten. Wenn Schädlinge eine hohe Dichte erreichen, können sie nicht mehr wirklich von den Generalisten bekämpft werden. Dann kommen eben die spezialisierten Räuber zum Einsatz. Ein spritzmittelfreies Getreidefeld wie das wissenschaftliche Versuchsfeld im Tiroler Inntal ist ein komplexes Ökosystem. Im Laufe der Saison gibt es natürliche Veränderungen innerhalb der Insektengemeinschaft und auch das Verhalten einzelner Nützlingsgruppen verändert sich. Wer frisst wen wann? Dabei werden generelle Räuber und die Spezialisten unter ihnen genauso untersucht wie Schädlinge und nicht schädliche Beuteinsekten. Die biologische Schädlingsbekämpfung kann versagen, was dazu führen kann, dass ein Schädling ein Feld quasi komplett überrollt und zerstört, was natürlich Folgen für die Bauern hat, die auf das Geld angewiesen sind, das sie mit den Feldern verdienen. Unser Projekt konzentriert sich auf das Verständnis jener Interaktionen, vor allem Verhaltensinteraktionen und tropische Interaktionen, die zur Regulierung und Aufrechterhaltung einer zuverlässigen und widerstandsfähigen biologischen Kontrolle beitragen. Gerste wird wie viele andere Pflanzen gerne von Blattläusen befallen. Zu deren natürlichen Feinden gehören Spinnen und Käfer. Ein Schwerpunkt liegt auf Laufkäfern, einer sehr artenreichen und verbreiteten Familie der Käfer. Die Insekten werden im Feld mit Becherfallen gefangen und die Rahmenbedingungen dabei genau festgehalten. Wir mussten eine Möglichkeit finden, das Verhalten der Insekten zu beeinflussen, die die Schädlinge bekämpfen. Das bedeutet, dass wir die Felder behandeln mussten. Wir haben dazu Dünger verwendet, nämlich Mist, also einen organischen Dünger, der verschiedene Auswirkungen auf das gesamte System hat. Wir haben aber nur die Hälfte eines Feldes gedüngt und die andere Hälfte ungedüngt gelassen und dann Proben genommen, um beides miteinander zu vergleichen. Die Käfer aus dem Feld werden am Institut für spätere Untersuchungen zunächst identifiziert. Um die Vorgänge im Ökosystem zu erfassen, müssen die Wissenschaftler die tropischen Interaktionen, also das Fressen und Gefressenwerden, in Abhängigkeit der Einflussfaktoren verstehen. Zeitlich hoch aufgelöste Nahrungsnetze werden erarbeitet. Es gibt wahrscheinlich Abhängigkeiten, die früher in der Saison auftreten, also dann, wenn sich das System aufbaut. Zu Beginn fangen die Pflanzen an zu wachsen und erst die Käfer und andere Insekten wandern ein. Einiges ist natürlich von Anfang an da, aber viel wandert erst im Laufe der Zeit ein und dann müssen alle erstmal einen Platz im Ökosystem finden. Je nachdem, wie dies geschieht, also mehr oder weniger dynamisch, kann man ein stabiles System haben. Also eines, das nicht so dynamisch ist, ein widerstandsfähiges, das sich langsam verändert und schnell wieder anpasst, sofern sich etwas verändert. Oder aber ein instabiles System, das chaotisch wird, sobald etwas Kleines auf dem Feld passiert. Die Dinge fangen an zu fluktuieren und man kann die biologische Kontrolle bzw. die Stabilität des Ökosystems verlieren. Und das ist es, was wir untersuchen. Im Labor hält eine Zoologin ein Probengefäß in warmes Wasser. Als Reaktion auf die Wärme übergeben sich Käfer reflexartig. So kommt die Forscherin an den Mageninhalt heran, bevor sie das Insekt wieder freilassen kann. Um später das Fressverhalten hunderter Insekten nachvollziehen zu können, muss der jeweilige Mageninhalt in einzelne Bestandteile aufgeschlüsselt werden. Hier kommt Genanalytik zum Einsatz. Die einzelnen Proben müssen für Multiplex-PCR-Tests aufbereitet werden. Wir können also mehrere Gruppen in der Ernährung der Käfer nachweisen. Nicht nur die Schädlinge selbst, sondern auch andere Beutetiere wie zum Beispiel Regenwürmer, die auch als Nahrung dienen. Und dann schauen wir uns auch an, inwiefern Räuber von anderen Raubinsekten gefressen werden. Nehmen wir zum Beispiel einen Käfer, der eine Spinne gefressen haben könnte, oder umgekehrt eine Spinne, die einen Käfer gefressen hat. Dazu führen wir diese PCR-Tests durch, diese Multiplex-PCR-Tests, die uns helfen werden, dieses Netz von Beziehungen in der trophischen Ökologie zu verstehen, beziehungsweise zu erarbeiten. Die genetischen Analysen zeigen, was das jeweilige Insekt gefressen hat. Auf dem Bildschirm wird durch Referenzproben sichtbar, welches Insekt oder welche Pflanze als Nahrung gedient hat. Mithilfe von Bioinformatik werden diese Daten später auf bestimmte Muster hin untersucht, die symptomatische Ursachen für mögliche jahreszeitabhängige Ökosysteminstabilitäten sichtbar machen sollen. Ein besseres Verständnis dieser Prozesse hilft, sie künftig zu verhindern und die biologische Schädlingsregulierung zuverlässig zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017